so ich muss heute mal das video oder das intro für das video am tag nach dem eigentlichen videodrehfilm weil ich gar nicht wusste dass ich so viel finden das war eigentlich nur geplant so ein paar ausschnitte zu filmen und dann am ende ist daraus ein 5 minuten video geworden klar immer nur so ein paar ausschnitte aber so ein intro ist dafür eigentlich schon nicht schlecht ich hoffe es ist gerade nicht zu windig und man versteht mich ich versuche ich weiß noch nicht genau wie das funktioniert das werde ich rausfinden dass ich dann auch die standorte wo die trails losgingen irgendwie ein screenshot von komod einfüge oder so gucken wir mal auf jeden fall viel spaß mit den videos vor wieder in kaiserslautern waren aber nur zwei stunden da und ja ich werde unten leider nicht durchhacken können sondern langsam machen müssen weil ich nicht weiß ob daran jemand ist bis bald bis bald bis bald bis bald die und weiter geht's! oh nein ich hab einen Stein im Schuh das ist nervig ok der ist technisch krass muss ich richtig reinlegen geil noch gar nicht so steil voll anstrengend voll vertreten kotz der Ranges geht weiter Ja. Oh, human. Oh, human. Whew. Whew. Chuuu. What? Chuuu. Oh, my God. Ah. Ah. ja weil das video wie gesagt nicht geplant war es ist ein sehr abruptes ende ich hoffe es hat euch gefallen ich fand es auf jeden fall cool die trails waren krass und bis zum nächsten video